Hey, ihr Hüllenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games. Wir spielen auf der Map Swampland und haben das Kitsch, wir haben das Kitsch Teleporter, weil ich mag das jetzt einfach. So, und ich muss die Sounds nachher noch ein bisschen leiser stellen, wie ich sehe. Perfekt, zwei Eisen. So, jetzt müssen wir schnell runter. Und zwar habe ich ein anderes Texture Pack, wie ihr seht. Das ist das Hotdogcraft 2.5 Link in der Videobeschreibung. Tja, da war ich wohl ein bisschen schneller, mein Lieber. Und ja, das ist das Hotdogcraft Texture Pack. Ich mag das eigentlich echt gern. Und mir wurde das halt sehr empfohlen, dass es halt sehr gut sein soll für PvP und solche Sachen. Und da ich eh sowieso jetzt ein bisschen besser werden möchte, denke ich, dass es keine schlechte Idee ist, das zu nehmen. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet und welches ihr mir sonst so empfehlen könntet, was gut für PvP ist. So, erstmal hier schön einen Baum holen. Wir haben ja elf Eisen, das ist super. Können wir uns dann auch gleich noch einen Brustpanzer machen. Perfekt. So, zack. Das ist mein Schwert und ein Brustpanzer. Ups, so, es leckt. Leck, leck, leck. Ähm, es ist ja so, ich mache mir jetzt deshalb keine Schuhe und keinen Helm, weil wenn ich geportet werde und ich vom Tower fliege, dann, ähm, ich bin Teleporter. Dann bin ich zehn Sekunden unverwundbar und dann macht mir das sowieso nichts. Aber sonst hätte ich mir jetzt schon Schuhe gemacht, wenn ich jetzt kein Teleporter gewesen wäre. So. Der muss sterben. Oh, gut. Jetzt häng ich gleich im Drang der Regeneration, weil ich möchte heute kein Risiko mehr eingehen. Ich hatte jetzt so schlechteren Survival Games und, ähm, und die waren wirklich schlecht. Also, was mit mir derzeit in letzter Zeit los ist, ich weiß es nicht, ich bin total, ähm, ich bin total weg irgendwie. Ich muss ein bisschen öfters wieder spielen hier. Ich muss wieder ein bisschen öfters spielen. Oh, da ist jemand in der Nähe der Bene. Ich glaube, er ist im Wasser. Jupp, er ist im Wasser. Das ist auch ein hübscher Delphin. Aber das ist mir egal. Oh. Ich wurde geportet. Ich bin in einer Höhle. Und jetzt wird mich wahrscheinlich gleich von oben jemand postbämmen. Bitte nicht. Okay, hier sind Kühe. Okay. Aber hier ist Erde. Hier kann ich mich hochgraben. Das ist gut. 69 Blöcke. Naja. Naja. So. 62 Blöcke. Ja, gut. Dann geht sich das locker noch aus. Gut, jetzt sind wir wieder hier oben. Und hier ist es schön. So. 73 Blöcke. Und jetzt, ähm, bräuchte ich nur noch ein Diamantschwert. Und, ähm, bessere Ausrüstung. Das wäre so mein Wunsch für heute. Das wäre so mein Wunsch. So. Hallo, du Schwein. Du musst leider sterben. Es tut mir leid. Aber du standst mir jetzt gerade hier im Weg und das geht so nicht. Ach, da oben ist ein Teleporterblock. Den könnten wir eigentlich auch mal wieder benutzen. Haben wir jetzt eigentlich auch schon lange nicht mehr benutzt. So. Und hoch. Vielleicht kommen wir näher zum Gegner. Ach, 36 Blöcke. Ja, und wir sind im Wasser. Toll. Ein tolles Opfer für Leute mit einem Bogen. Und da oben craftet auch schon jemand. Und er hat keinen Bogen. Hui, da schätze ich mich jetzt aber echt ein bisschen glücklich. Oder ist jemand ins Wasser gefallen? Oder er hat eine Enderperle geworfen? Auf jeden Fall backt er hier im Boden. Ja, das ist nicht so toll. Dass er da im Boden backt. Egal. Ich renne einfach mal davon, weil im Wasser nützt es mir sowieso nichts. Gehe ich nochmal auf den Teleporterblock hier. So. Perfekt. 80 Blöcke. Aber wahrscheinlich die gleiche Person. Wahrscheinlich die gleiche Person. Und wir finden irgendwie auch überhaupt keine Kisten. Also ich habe in letzter Zeit so Pech. Wirklich, es ist so ein Pech. Mit Kisten. In Survival Games bekomme ich nie ein Schwert. Ich werde immer abgestaubt. Also ich muss echt sagen, in letzter Zeit ist es echt ein bisschen schwer. eine gute Runde aufzunehmen. Weil, ähm, und wenn du dann mal eine gute Runde hast, dann heißt es am Ende Hacker, Hacker, Killer Aura, was weiß ich. Also, boah. Diese Menschen, ne? Diese Menschen. Diese Menschen, die so was schreiben, die könnte ich ja gegen die Wand klatschen. Oh, wir haben überlebt. Mit einem halben Herz. So. Wenn wir jetzt geportet werden, sind wir wieder voll. Das wäre jetzt mein Wunsch. Das wäre jetzt mein Wunsch. Ich wünsche es mir. Werd geportet, Thomas. Werd geportet, sonst bin ich am Arsch. Ich muss geportet werden. 50 Blöcke. Ich renne einfach mal weg. Ich kann jetzt sonst nichts anderes machen. Ich bin grad hilflos. Ich bin grad hilflos. Ich bin grad wirklich hilflos. Ich glaub, aber ich wurde erst geportet. Deswegen. Oh, er schießt auch sogar jetzt schon mit dem Bogen. Okay. Ich muss jetzt geportet werden. Hilfe. Oh, dankeschön. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Dann craften wir uns gleich mal eine Hose. Und einen Helm. Zack, zack. Perfekt. So. Ich weiß, dass der Typ hier ist. Aber einen Wasserfight gehe ich mit ihm auf jeden Fall nicht ein. Weil das ist mir ein bisschen zu riskant hier mit einem Delfin. Binderperlen. Okay. Eine Angel. Die kann ich auch noch gut gebrauchen. Und das hier kann erst mal weg. So. Nee, mit dem Delfin gehe ich auf jeden Fall keinen Wasserkampf ein. Da habe ich nämlich den Kürzeren gezogen. Beziehungsweise dann werde ich den Kürzeren ziehen. Und das tue ich ungern. So. Der Generationsdrang. Der hilft halt schon echt enorm. Und dann holen wir uns den auch noch. Perfekt. Wir können ja eine Enderperle rüberwerfen. Ich habe ja sogar Pfeile. Und wir haben ihn jetzt sogar schon einmal getroffen. Aber es ist ein Känguru. Und wir haben keine Pfeile mehr. So. Ist in Ordnung. Aber es leben eben nur noch vier Spieler. Hm. Es leben nur noch vier Spieler. So. Perfekt. 151 Blöcke. Okay. Dann nehme ich mir mal hier ganz schnell den Drang der Schnelligkeit. Schmeiß eben mal den Crap hier weg. Den ich nicht mehr brauche. Und Full Iron sind wir ja. Wir könnten uns sogar. Wir könnten uns sogar, liebe Leute. Ähm. Diaschuhe machen. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch machen. Weil Diaschuhe. Das ist schon was Feines, ne. Solche schönen türkisenblauen Diamantschüchen. Äh. Was hatten wir hier jetzt? Genau. Den Regenerationsdrang. Zack. Ins Wasser. Und ähm. Ich habe mich ja zuerst gewehrt. Die ähm. Foff auf Hunder zu stellen. Beziehungsweise auf Quake Pro. Aber ich dachte mir so. So viele haben gesagt, dass ich das machen soll. Und ähm. Ich möchte halt auch besser werden. Und wenn mir ganz viele Leute sagen, dass es dadurch besser wird. Weil ich einfach mehr Überblick habe. Und ähm. Und sowas. Dann denke ich schon, dass es sehr nützig sein kann. So. Gut. Ich nehme den Lava einmal. Weil ich habe auf Timolia mehr mit dem Lavaeimer trainiert. Und ähm. Mit dem Feuerzeug bin ich irgendwie nicht so vertraut. So. Erstmal ganz kurz hier. Zack. Lass mir hier einen Speeddrank. Und. Oh. Was essen hier? Und dann noch ein bisschen XP. Und dann. Was hatten wir da jetzt? Das Essen, ne. Dann packen wir das hier hin. Den Kuchen. Der ist lecker. Beziehungsweise den Hotdog. Ähm. Eine Angel habe ich. Gut. 165 Blöcke. Zack, zack, zack. Was? Äh. Hier doch irgendeine gute Bow-Skills. Danke. Ja. Ich habe halt auf Timolia so ein Bogenkit. Und damit trainiere ich halt ein bisschen. Aber es kommt halt auch immer total drauf an, wie die Leute laufen. Es gibt Leute, die bleiben gut stehen. Es gibt Leute, die weichen sehr, sehr schlecht aus. Und das ist halt auch immer so eine Sache. Ähm. Wenn ich ungefähr weiß, in welche Richtung die Person. Hä? Oh nein. Nein. So, Drang der Regeneration. Und los geht's. Zack. Hinterher. Hinterher, liebe Freunde. Hinterher. Wir haben nämlich eine Scher für die ihr schwert. Und das kann uns schon helfen. Das kann uns schon helfen. Komm her. So. Er fliegt aber ganz schön weg. Äh, weit weg. Okay, er hat sich auch noch selbst angezündet. Das ist natürlich ein großer Nachteil. Aber ich werfe jetzt auch noch eine Enderperle. Och. Gegen einen Känguru nachzukommen. Das ist halt echt immer so eine Sache. Nee. Einen Delfin. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Oh, er ist tot. Perfekt. Boah, ein Delfin, ne? Das ist immer so eine Sache im Wasser. Da habe ich nämlich überhaupt keinen Bock drauf. So einen Delfin hier. So, und jetzt ganz schön weg. Okay. Perfekt. Wir sind ja, ähm, Teleporter. Das heißt, uns macht das hier gar nichts. Auch wenn wir da runterfallen. Das ist kein Ding für uns. Wir haben 16 Pfeile. Gut. Ach, das Gold nehme ich mal mit. Dann könnten wir uns nachher vielleicht einen goldenen Apfel machen. So. Good luck. Gegen Brumycraft, das sind wir noch. Ähm, einen Apfel haben wir ja nicht. Vielleicht droppt der jetzt zufälligerweise einer. So ganz zufälligerweise. Kannst, kannst du nicht droppen, Apfel? Nee. Hat wohl keinen Bock drauf. Ähm, einen Helm könnten wir uns jetzt aber machen. Das wäre, das wäre echt hübsch. So ein Diamantkrönchen. Das wäre, das wäre echt hübsch. So. Und wenn wir Zeit haben, dann können wir nachher auch noch enchanten. Aber ich gehe jetzt einfach mal in seine Richtung, weil es ist auch das vielleicht noch zu ewig. Jetzt gucken wir mal. Werfen wir mal eine Enderperle da. In Zweite. Oh. Das war perfekt. Weil ich eben eine Enderperle geworfen habe. Im Zeitpunkt, wo ich aber gepottet wurde. Okay, ich habe aber einen Bogen, mein Lieber. Äh. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Jetzt ist er da hinten. Und wir haben keinen Heildrang mehr. Naja, aber wir haben ihn mit dem Bogeneimer getroffen. Das müsste schon reichen. Das müsste schon reichen. So. Bleib stehen. Sofort. Noch einmal. Und. Ich könnte noch was enchanten. Ne, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Das macht jetzt keinen Sinn mehr. Fleisch runter. Und. Weiter geht's. 80 Blöcke, so ein Känguru ist echt schnell. So ein Känguru ist echt schnell. Hey. Bleib stehen. Bleib stehen, du Känguru. Bleib stehen. Ich möchte dir nichts tun. Nein. Oh, perfekt. Perfekt, perfekt. Wir wurden gepottet. Wir sind jetzt wieder komplett voll. Bleib doch stehen, Mann. Ich möchte nicht ständig dir nachlaufen wollen. Ach. Wieso machst du so etwas von mir? Wieso quälst du mich denn so? Wieso quälst du mich denn so? Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Das ist doof. Das ist wirklich doof. Der Baum brennt halt jetzt. Äh. Doch, ich habe noch einen Pfeil. Aber ich müsste auch mal wieder was essen. So. So, mich auch mal wieder recken kann. Äh. Was hilft mir denn? So, erstmal seine Pfeile hier aufsammeln. Perfekt. Und. Ach. Daneben. Daneben, daneben. So, Leute. Ich bin echt ein bisschen angespannt hier. Ich meine, das ist ein fairer Gegner. Aber er rennt halt die ganze Zeit weg. So, erstmal weg. Wir sind beide verknüpftet. Aber ich jetzt nicht mehr. GG. Teleporter. 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 Gidi. Ähm. Ja. Das war unser Glück jetzt, dass wir hier geportet wurden. Weil sonst hätte ich jetzt gesagt, ich bin tot. Deswegen konnte ich nicht hitten. Ja. Deswegen konnte er auch nicht hitten. Ähm. Das ist echt das Gemeine im Teleporter. Also, wenn du selbst nicht Teleporter bist und mit dem Teleporter am Ende kämpfst. Ein halbes Herz kann der Gegner noch haben. Aber wenn er mal geportet wird und du da nicht schnell abhaust und du nicht weißt, dass der Teleporter ist, dann hast du meistens den Kürzeren gezogen. Ähm. Deswegen spiele ich das Kit auch so oft, weil ich mag das eigentlich echt super gerne. Ähm. Ja. Jetzt möchte ich euch noch ganz kurz was sagen. Und zwar, es werden jetzt wieder regelmäßig Videos kommen. Wünscht euch mehr Survival Games, mehr Ender Games, mehr Bad Wars. Was wünscht ihr euch? Ähm. Auf jeden Fall ab in die Kommentare damit. Ähm. Ähm. Ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit. Und, ähm. Ja. Es kommen in Zukunft noch ein paar mehr Projekte. Auf jeden Fall mehr PvP. Weil ich muss einfach besser werden. Ich bin schon wieder so schlecht. Wunder mich, dass ich die Runde jetzt gewonnen habe. Und, ähm. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und das, was ich eben noch sagen wollte, ist, ähm. Ganz viele Leute von euch haben mich angeschrieben. Boomsdoggy bist du derjenige, der, ähm. In Simons Stream so viel donated hat. Ähm. Ja, Leute. Es gibt keinen anderen Boomsdoggy auf dieser Welt. Also, wenn ihr mich seht, schaut einfach, hey. Ich kenne dich aus dem Stream oder so. Ähm. Ähm. Aber, ja. Ich bin dieser Boomsdoggy an die Frage, warum ich so viel donated habe. Einfach, weil ich ihn gerne unterstützen möchte. Simons und ich kennen uns jetzt schon länger. Er weiß, wie es gemeint ist. Und, ähm. Ja. Wenn ihr Bock zu chatten habt, dann kommt doch auf den Ungespiel Twitch Chat. Dort bin ich Moderator. Und dort können wir dann so ein bisschen miteinander quatschen. Das macht Spaß. Yeah. Und ich würde einfach mal sagen, das war's, Leute. Haut rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Macht's gut. Und ciao.